Landtagswahl in Sachsen. Grüne Partei beschwört Verteidigung der Demokratie. In einem Monat finden die Landtagswahlen in Sachsen statt und der Wahlkampf läuft bereits auf Hochtouren. Besonders eine Partei sticht dabei hervor, die Grünen. Diese Partei hat ihren Wahlkampf intensiviert und betont, dass es um nichts Geringeres als den Erhalt der Demokratie in Sachsen geht. In einer jüngst veröffentlichten Wahlkampagne der Grünen wird eindringlich vor einem Verlust von Freiheit und Demokratie gewarnt, falls die Partei nicht mehr in der Regierung vertreten sein sollte. In einem emotional aufgeladenen Werbespot, der auf der Plattform X geteilt wurde, zeichnen die Grünen apokalyptische Szenarien für den Fall, dass sie die Macht verlieren. Die Partei argumentiert, dass Demokratie, Weltoffenheit und Gleichberechtigung nur durch ihre Präsenz in der Regierung sichergestellt werden können. Freiheit und Demokratie sind für mich Selbstverständlichkeiten. Dass man für sie kämpfen muss, kenne ich nur aus Erzählungen meiner Eltern, heißt es im Werbespot. Diese Worte spiegeln die Kernbotschaft der Grünen wider. Nur durch ihre Politik könne die Demokratie in Sachsen geschützt und bewahrt werden. Dieser dramatische Tonfall im Wahlkampf hat bereits für Diskussionen gesorgt. Kritiker werfen den Grünen vor, eine alarmistische und übertriebene Rhetorik zu verwenden, um Wähler zu mobilisieren. Insbesondere wird kritisiert, dass die Grünen in Sachsen bereits an der Macht sind und daher die Darstellung, als seien sie eine unterdrückte Opposition, wenig glaubwürdig sei. Die aktuelle Regierung in Sachsen, eine sogenannte Kenia-Koalition, besteht aus CDU, Grünen und SPD. Die Grünen stellen wichtige Minister wie Wolfram Günther, Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, sowie Katja Mayer, Staatsministerin der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung. Die Tatsache, dass die Grünen bereits in der Regierung vertreten sind, steht im Widerspruch zu ihrem Bild einer bedrängten und kämpferischen Oppositionspartei. Der Wahlkampf der Grünen reflektiert auch die gegenwärtigen Herausforderungen der Partei. Mit aktuellen Umfragewerten von etwa 6 Prozent in Sachsen kämpfen die Grünen darum, ihre Position zu halten und ihre politischen Ziele durchzusetzen. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Grünen zunehmend auf emotionale und symbolische Politik setzen, um Wähler anzusprechen. Auch andere Parteien haben auf diese Entwicklung reagiert. Es wird erwartet, dass der Wahlkampf weiter an Intensität zunehmen wird, während sich die Parteien auf die entscheidende Phase der Wahlen vorbereiten. Der Ausgang der Wahl bleibt ungewiss und die politische Landschaft in Sachsen könnte sich in den nächsten Wochen erheblich verändern. Für die Grünen geht es jedoch um mehr als nur um Wahlergebnisse. Es geht um ihre Vision für die Zukunft Sachsens und die Rolle, die sie darin spielen wollen. Ob diese Botschaft bei den Wählern Anklang findet, wird sich am 1. September zeigen, wenn die Sachsen an die Wahlurnen gehen.